Hi ihr Lieben, hier ist der Michael Schwarz von Nachtschwärmerfilm und ich freue mich sehr, dass ihr euch für unseren Kurzdokumentarfilm Independence interessiert. Gleichzeitig fühlen wir uns natürlich auch sehr geehrt, hier bei dieser ganz besonderen Ausgabe des Braunschweikel International Film Festival mit dabei sein zu können. An dieser Stelle lade ich euch ganz herzlich ein, uns euer Feedback, eure Fragen oder auch euren Seheindruck zum Film zu schicken, weil es ja kein klassisches Q&A geben wird. Ihr findet uns im Netz unter nachtschwärmerfilm.de, natürlich auch mit Kontakt-E-Mail-Adresse und ansonsten auf den einschlägigen Social Media Seiten Facebook, Instagram und auch Twitter. In diesem Sinne, bleibt bitte alle gesund und jetzt, Film ab!